er hat dann damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Hoffnung ich spiele wohl die Bär im Jungle und wir starten beim Bluboff würde ich sagen Schicksal was gehen wir denn als erstes Willkommen in der Kluft der Beschwörer was ist da los Kampf liegt mir im Blut Kampf Humus ich versteh dich nicht Insulting you Atomedi for Aha Jetzt ist nur noch die Frage was Insulting heißt No Mio Doku As Beleidigen Ah Ich mag dich auch Alter der Malfight Genau finde ich auch Insulting heißt beleidigen Er beleidigt nicht Wie viel Damage reißt du denn 390 Okay mit Woli ist Jungle ziemlich einfach fast so einfach wie mit Rhythm Wir haben bis jetzt fast kein Leben verloren Einfach nur krass Was ist da los Was ist da los Warum ist der schon gestorben Go go Schneller 440 Und dann haben wir das nächste Ja ja Wenn ihr ein anderes Jungle Video von mir sehen wollt schaut euch mein Rhythm Jungle Video an Und wenn ihr Pentacles von mir sehen wollt dann schaut euch mein Wukong mein erstes Wukong Video an oder mein erstes Catelyn Video Bei der Macht von Freljord kommt er aus Freljord Kommt da etwa jemand aus Freljord 6,5,4 schaffen wir ohne es weit Er zittert vor meinem Gebrüll Jetzt dürfen wir nur daran nicht unsere passive raushauen Dann würde ich nämlich gleich mal auf die Topline kommen Lol Er stirbt nicht Alter Schneller Was ist da los Heu halt Loll Für was komme ich da eigentlich Die haben kein Jungle Ich habe gehört dann gehört mir gleich mal der ein Blue Cool Nice Ein geschenkter Blue Wolf Haben die wirklich kein Jungle? Nein haben sie nicht Das ist eine Herausforderung Ah GG Das finde ich cool Das finde ich echt geil Also Sehr sozial von denen dass die kein Jungle haben Bei der Macht von Freljord GG Wir haben es extrem einfach Nice Holen wir uns noch der in Rap-Buff Oder geben wir ihn der Caitlyn Neee Den holen wir uns noch und dann Wir haben zwei Jungle komplett für uns Also von dem her Nice Noch nice Und da komme ich fort Aber zuerst komme ich in die Luke Da haben wir uns schon mal unseren ersten Assist You too Nice Ich glaube das Spiel wird ziemlich einfach Denn wir werden nicht getauntered Und können uns zwei Jungle komplett nehmen Zwei Jungle komplett für uns GG Wenn die Toplane nicht versagt dann ist es echt einfach Ich komme gleich auf die Botlane Ich komme gleich auf die Botlane Gleich 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 Nice Oh da ist er tot Schade Und pünktlich zu Level 6 komme ich auf die Botlane Dann fliegt mir im Blut Oh go Nice GT Nice 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 Einfach nur geil Jetzt ist meine Passive auch noch raus Okay Tschüss Geh ich wieder Wir haben mittlerweile 1800 Gold GG Wir haben einen Kill Und einen Assist Easy würde ich sagen Easy Und Rap Buff müsste jetzt die nächsten Äh Blue Buff müsste jetzt die nächste Minute spawnen Deswegen hauen wir jetzt mal noch unseren Heal nicht raus Ja da ist er schon Oh Mitte Nice Sie hat sie noch getötet I cancelled my Ult Nice Sie hat ihre Ulti gecancelt Soll ich wirklich nochmal kommen? Ernsthaft? Ne 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 Ich komme erst mal Keine Ahnung Auf dem Weg zur Toplane oder so Bei 8-9 Minuten müsste es dann Rap aufspawnen Und wenn wir Rap auf haben Gehen wir wieder auf die Toplane Ich finde das Spiel extrem geil Red und dann komme ich top GG Das läuft eigentlich überall ziemlich gut Ich muss wenig ganken glaube ich Bei 9 Minuten müsste Rap aufspawnen Davor machen wir noch schnell die Teile hier Oh Renekton stirbt Ja er stirbt Nein er stirbt nicht Aber Bully hat seine Passive und Stirbt auch nicht So jetzt hören wir uns Rap auf Gehen auf die Toplane Ähm 500 500 500 Und Bam GG Und wir hauen unseren Letzten Healport rein und gehen auf die Toplane Stärke und Weisheit Alles klar Jetzt dürfen wir hier Covern Lol Ich mache kein Damage Alter Der Woli hat damals schon krasse Items Haha Nice Oh dieser Kill Episch Episch Lol passive Ja die passive Hielt mich Nice So dann gehen wir gleich mal weg Haben zwei Kills in der Tasche GT würde ich sagen GT So haben wir uns gleich Nein wir holen uns zuerst Das Ding Dann holen wir uns ne Warmox Und wir holen uns am besten noch Schuhe Dann sind wir auch noch schneller unterwegs Und ab zu dem Blue Wolf Oh Toplane ist gestorben Dann komme ich halt nochmal Oh ich glaube den Turm kann ich nicht mehr retten Nein Errturm ist tot Der Turm ist offiziell tot Oh jetzt wollen sie mich legen Haha Haha Lasst keinen überleben GT Komm her Komm her Ja Komm her Komm her Los Go Schneller Nein Nein Nice 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 Komm Ja Good job Sehr schön Alter nice 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 Bei allen Lanes läuft es zu Super Einfach nur GT So ein geiles Team Auf der Toplane läuft es nicht ganz so gut Aber Tja Kann man nix machen Wie viel mache ich? 800? 600 So Dann habe ich nämlich nochmal ein Jungle Video Nice Nice Da ist der Renekton auch schon tot GT einfach nur So Und ich glaube dann tendiere ich es auf Sunfire Cape Oh Botlane ist gestorben Ich komme mal mit Und dann komme ich Bot wieder Aber ich glaube in der Mitte ist gerade eh nicht so viel los Ah Starke Weisheit Okay Level 8 und Level 10 Die dominiert ja abartigst Gegen eine Annie wundert mich nicht allzu sehr Und fertig Nice 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 Botlane 600 machen wir Und dann Sehr schön Sehr schön Ich komme gleich auf die Botlane Nice Wir haben den Midtower schon GT Komm her Komm her Komm her Ha 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 Nice Nice Und meiner Oh Und Annie Na toll Mich würde es jetzt nicht wundern wenn die Jetzt dann aufgeben Ich stehe 203 Als Chang da Ich glaube nicht dass die noch eine allzu große Chance haben 640 Schaden mache ich 640 Waaah Kommen wir den auch schon wieder Ich tendiere jetzt dazu einfach nur noch die großen Buffs zu nehmen und Kleinen einfach vergammelt zu lassen Rap-Off ist gespawned Ab nach Red Schneller Bam 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 Dann holen wir uns gleich mal Oh wir brauchen schon noch ein bisschen Gold Was Lord Bitte Ne zuerst holen wir das Rap-Off Ne zuerst holen wir das Bitte Lord Nein Annie Oh ich wollte Annie Alter Die anderen gehen Krass ab Also Woher sie schon sagen Die anderen sind auch nicht so schlecht Eigentlich sind die anderen richtig gut Ich muss fast nicht sitzen Ich komme auch nochmal auf die Top-Lane Hallo Malphite Oh tot Alles klar Im Prinzip muss ich nichts mehr machen Alle Lanes dominieren Ich denke das wird nur ein 20 Minuten Spiel Die Gegner haben keine so große Chance mehr Ah Cutter stirbt vielleicht Oder auch nicht Ich komme Wodi Nein Nein Stirb Oh Gott Boah Wie knapp Nein Boah Und wie ich gerade gesehen habe Haben wir aus Versehen mal Unser Flash gebraucht Schnell rennen Ganz schnell Denn wir haben unseren Flash nicht mehr Aber wir haben Blue Wolf Hat er schon Wir haben Blue Wolf Wir sind weg Nice Was ist da los Naja Andy kann mir jetzt auch nicht so viel Haha Haben wir uns noch Minion gestealt GG Das Game ist so easy Nice Wir haben den Drachen Sehr schön Sehr schön Der gegnerische Blue Wolf ist gerade gespawnt Wir holen uns doch schnell ne Barmox und Und Schuhe Nice Und dann Go Go Gadget Ab zum Blue Ich komme Halte durch Ich komme auch da hin Ich komme überall hin Ich helfe dir Nein Alter Krass Macht sie einfach so ein Double Kill Da kann ich ihr jetzt gar nicht mehr helfen Ist ja mies Wo ist denn der eine Ist ich gar nicht da Oh Leute Wie er mir keinen einzigen Minion geben will Oh Oh Wie er mir keinen Minion geben will Wir maxen die EW als letztes Obwohl sie eigentlich meine Lieblingsattacke ist Äh Wie viel machen wir 700 Obwohl die EW eigentlich meine Lieblingsattacke ist Denke ich doch Dass wir sie als letztes maxen werden Ba 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 Nice Ich habe ihn sogar gekriegt GG Good Job No two Noch heiß Oh Annie So Äh ich würde ja gerne Annie rausheben oder so Alter Okay jetzt sind wir Half-Life Komm ich will dich Loil Ha ha Damage of Doom Damage of Doom Nice Nice Bam Ah Lol Gegnerische Dreifach Tötung Oh mein Gott Egal die Gegner haben eh keine Chance mehr Die können nichts mehr machen Wollen wir uns Trendy Geforce Ja Wir haben eh Geld ohne Ende Wir stehen 515 Als Jungler 515 GG Wir haben Geld ohne Ende Wir haben im Prinzip alles ohne Ende Wenn sich die Katelyn unserem Blue Wolf holt GG Die Gegner geben auf 515 101 Farm Wenn es euch gefallen hat dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben Das Game war jetzt echt einfach Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao